Die Guyin war im Mittelalter ein Herzogtum und der Teil des eigentlichen Aquitanien, das von den Engländern in Besitz genommen, nach deren Gebietsverlusten im Hundertjährigen Krieg übrig geblieben war, und schließlich kurz vor dessen Ende nur noch das Bordeleis und das Aguinee umfasste. Die grundsätzliche Übereinstimmung zwischen Guyin und Aquitanien geht auch aus dem Namen hervor. Guyin ist eine sprachliche Abwandlung des römischen Aquitania. Am 12. Oktober 1453 wurde das Gebiet von Frankreich erobert. Mit dieser Eroberung lassen Historiker den Hundertjährigen Krieg enden. Das eroberte Land wurde behauptet und als Provinz Guyin der Kron-Domäne hinzugefügt, die in der Französischen Revolution durch die Schaffung der Departement schließlich aufgelöst wurde. Die das Guyin umfassende Region heißt heute wieder Aquitanien. Siehe auch, Herzog Tumguyen.